Ja, hey Willkommen! Mein Name ist Daniel Pio und ich begrüße euch zurück zu Letztes bei Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Antworten unserer restlichen Partymitglieder angehört, um zu erfahren, ob sie uns begleiten in Silverond, damit sie nicht mehr zurück nach Tertorla können. Und alle haben sich uns angeschlossen, alle wollen zu uns mitkommen, alle wollen zu uns helfen. Und ja, bevor wir hier zum Siegel von Asuka aufgetaucht sind, ist uns Gratis noch in die Quere gekommen. Aber John hat sich ihnen noch entgegengestellt und wer weiß, was jetzt da draußen abgeht, aber ihr geht jetzt auch mal was ab und guck mal mal. Was ist es? Der Schutz um den göttlichen Keim wird nach diesem Park endgültig verschwinden. Wir zählen auf dich, China. Klar. Gratis hat irgendwie was davon gesagt, dass der Keim irgendwie verschwinden wird oder irgendwie sowas. Also ja, der wird immer noch abhalten. Mal gucken. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder der Kampf gegen Asuka. Oder Luna. Ich glaube, wir müssen erst Luna mit Luna anpacken, damit sich Asuka ans anschlägt. So war doch, ne? Oh. Das ist auch wie eine Luna. Ich bin China. Ich bitte dich, den Park mit Mythos aufzuheben und dein neues Bündnis einzugehen. Mit mir! Wo ist Asuka? Er wird kommen. Er hat es versprochen. Ich verstehe. Dann ist alles in Ordnung. Ich werde testen, ob du wirklich bist, meine Macht zu empfangen. Oder ist er doch? Ach, du kacke. Wir sind gegen beide Kämpfen? Ah. Okay, das... Ich habe schon Gefahr kommen, der einfach so aufgetaucht ist, aber trotzdem. Und die kann es zaubern. Das geht mir jetzt schon auf den Nerven. Proton. Nein, nein, nein. Aua. Ich gehe auf dem Weg. Ich komme an ihm vorbei. Aua. Äh. Äh. Rayman, du bist gar nicht am Zaubern. Ich mach es gar. Äh. Alles Minus. Ich tue jetzt einfach mal den Angriffstram zu klauen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht passieren wird. Ha. Wo willst du? Hey. Fuck. Ich meine, verdammt. Ja. Ah. Hilfe, 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 Hilfe. Ja. 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 Ist nicht gut. Kann mal jemand... Äh, Rain. Ja. Das war nicht so schön. Warum bist du falsch? Was soll das? Kein Jogo. Das ist blöd, ey. Asuka geht die ganze Zeit auf Rain los. Die kann ich heilen. Das geht doch auf mich los, ist klar. Äh. Was ist du denn für einer? Ja, so feuchte Fahrtwäsche. Komm, wir. Okay, der... Ich habe schon irgendwie so einen Verdacht gehabt, dass das nicht gut ausgehen wird. Hilfe. Was ist denn jetzt tot? Ah. Nein. Der macht das schon. Nein. Ähm. Ja. Wir sind gerade in der richtig blöden Situation. Ich habe irgendwo... Ja, das ist nicht gut. Er ist auch so blöd. Der eine zaubert ist hier kaputt. Deine tut die ganze Zeit auf unsere Heilerin drauf. Mama, jetzt muss ich wieder ganz mega hochlaufen. Warum ist denn da kein Speicherpunkt in der Nähe? Ernsthaft? Naja, das geht aber schon. Ich habe ja schon gesehen, das geht aber schon gesehen, das ist gut. Na, das war jetzt nicht so gut. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt noch eine Erfahrungsverwundfähigkeit. Beim Gennis kam überhaupt nicht dazu zu zaubern. Rain kam nicht dazu zu zaubern, weil er ist gerade die ganze Zeit auf die draufgebasht hat. So, ich habe mich mal neu in der Nähe rum. Ja, nein, genau, in dem wollte ich nicht reinlaufen. Na, jetzt habe ich mir die ganze Katze und so wieder anschauen, hier die Beschwörung von dem Viech. Aber man schaut korrekt, sollte ich vielleicht irgendjemand andern nehmen. Aber mal gucken. Hey! Ja, item robber kann ich mich wahrscheinlich nicht verlassen. Naja, das ist irgendwo ein Speichelpunkt in der Nähe, das wäre super. Natürlich nicht. Ist auch blöd. Wir hätten sie ruhig einen hinpacken können. So, anstatt Colette. Vielleicht, vielleicht, da sind zwei Gegner, das heißt, zum Zaubern kommt es jetzt nicht so. Statt Colette irgendjemand andern hier rein. Wer macht eigentlich keinen Unterschied? Ich versuche es nochmal mit dem Team. Hi, Kratos, na. Blablabla. 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 bla 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 wie die opfer hier beschwört wird und so hat eine also blöde man möchte nicht darauf geachtet für ein bisschen blöde hat man die nicht vom zaubern abhalten kann also wenn irgendwo irgendwie zauber kann ist man sozusagen dran oder was bla 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 nicht so lange gedauert fand ich jetzt okay noch mal ein bisschen strategischer jetzt du machst mal hier was hast du willst du jetzt machen da kann man zentrieren wir uns mal auf asker und dann greift dir den ganz anderen mann aber da habe ich noch als judgment angel fäller ist da werde ich noch nie im leben shoppen ich glaube uns erst auf den zu konzentrieren ist ein bisschen besser rein was machst du da ist immer noch nicht ding ist eingesetzt fällt mir auf ja auch china konzentriert sich mal auf dingen luna einer muss ich mal wir von sich alle auf einen konzentrieren ja da bringt es überhaupt nicht du kannst mal dingen sie einsetzen viel barrier todhilfe okay bitte jetzt nicht weiter geht zum glück konzentrieren sich ja alle auf asker soll ich das mal vernünftige attacken jetzt ein grand shot ha dreck china wo bist du eigentlich machst du überhaupt was bitte sagt mir du machst was das ist jetzt immer noch als brauche ein irgendwann wird alle heilt ich brauche das gerade sehr gut ja und denn es vielleicht gleich wieder weil irgendwie der fall irgendwie immer wo es ist sie da hinten die ganze zeit ich habe noch nie so viele items habe ich eingesetzt wie hier was suche ich hier allerdings hilfe na gut wo ist china also zähle ich doch mal hier auch sehr gut weil sie ja noch nicht eingesetzt nicht oft da bringt gar nichts doch jetzt hat es gemacht sehr schön ich hab's vor dem griff jetzt hier er läuft gar nicht gut hier und ja wasser ist dem wieder wir irgendwie haben wir luna ja karten griff her konzentriere ich auf mich ja konzentriere ich beide auf mich ist gut das ist gut das gut das gut bei uns nicht wehtun irgendwie bank bringt hat gar nichts aber bitte wenn es ja weil das hat noch gereicht macht kraft vor sie überhaupt naja irgendwas anderes wenn es geht volkert euch sehr ohne kp wieder nur wenn des kampfes ja das ist natürlich ist ein bisschen blöd ja mein gott was für ein hektischer kampf hier gerade und nur auf sich macht ja natürlich oh man der kampf der wird der ist nicht leicht ja ich muss mich mal irgendjemand entscheiden der hat schon die elf verloren das weiß ich auch was gab wenn ich oder weiblich ist und jetzt geht das schon wieder los konzentriert sich auf rain ich glaube spiele da bist du mein gott wir sind gleich wieder tot wer ist bei dem ding mach irgendwas weiß ich nicht muss irgendjemanden beschwören du hast nicht genug tp du hast nicht genug tp ich denke es ist gleich mit dingens ähm over limit mein gott mach nur was aber sehr gut die kann jetzt nicht mehr aufgehalten werden außer sie vielleicht natürlich was er des lebens oh mein gott und da muss uns jetzt heilen jetzt ist sie auch noch im ding es lebt mich also nicht mehr witzig jetzt da die mir dann kack zauber dann geht mir auch von nerven hör auf damit wir können gar nichts irgendwie machen ist die ganze zeit wie bekloppt am zaubern im mittelbad erwarten voll aufs maul bekommen ja da denn es kommt gar nicht zum zaubern jetzt hat er mal wieder gezaubert sehr gut sehr gut eis tornado sehr gut sind beide da jetzt beide wieder was zum teufel wie schnell geht das immer wie schnell jemand kaputt sind gleich das sind alle am leben gewesen und ich denke mal ich bin irgendwie voll überlevelt dann kommt der nächste gegner gibt mir auch mal wie immer sehr gut zum teufel jetzt haut ganz wie blöde rein aber rain fight ganzheit sehr gut da ist immer wieder im retten aber gleich noch ein oberlimit nein das war jetzt mehr als blöd und das fand ich jetzt auch sehr gut luna ist kaputt jetzt komme ich habe ich jetzt auch noch kaputt und sagst du dazu jetzt sind wir gerettet hat sie etwa neuen dingen aktiviert dieses eine siegel war die doppelte erfahrungspunkte gibt soll ich am kopf schub wen zaubern war denn war wer ist mit shadow ich kann schon lightning was ach so ja ja bitte lebt noch wieder nehme ich mal sehen sammeln darkness jawoll sehr schön kp tp als mich gehört sagt niemals nie ich Bis zum nächsten Mal.